Komisch war, dass mit einem Mal auch die ganze Aufregung wie weggeblasen war. Er erschien mir auch, ich wusste ja, dass er nicht besonders groß war, aber in diesem Bett dann erschien er mir fast wie eine Puppe. Also der war fast. Also jetzt muss man ja mit diesen Größen hier vorsichtig sein, aber ich denke, er war fast so groß. Vom Gefühl her. Soldaten sind vorbeimarschiert, im gleichen Schritt und Tritt. Wir Pioniere kennen sie und laufen fröhlich mit. Der Hauptmann, der den Zug anführt, den kennen wir genau. Vor Jahren stand als Maurer, er bei uns noch auf dem Bauch. Gute Freunde, gute Freunde, gute Freunde in der Volkskriege. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Der Flügelmann im ersten Klieg mit Stahlhelm und M.I. Als Mälter der Genossenschaft betreut er das Seehoch. Gute Freunde, gute Freunde, gute Freunde in der Volkskriege. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat ist der Volkskriege. Wie schön, denn unsere Heimat, du Land, zu Lüfterdorf, zu Seehoch. Wie schön, denn unsere Heimat schütten unsere Heimat auf der Seehoch. Und auf dem Land und in der Luft. So eine Leichenasche darf man doch gar nicht zu Hause aufbewahren, das ist doch gar nicht erlaubt, oder? Kennen Sie sich da aus?